Ja Nürnberg, wir trillen hier gerade am Rennweg rum und wir warten hier auf berühmte YouTuber WhiteHitty, Colt Mirov, Alberto, Simon Desue, Colt Mirov soll kommen, ich habe gehört, das ist voll der feine Kerl. Colt Mirov? Ja. Colt Mirov, ja. Ist ja nicht erst Reitin geworden. Nein, das musst du anders aussprechen. Das wird zwar Colt Mirov geschrieben, aber du sprichst das Colt Mirov aus. Ah ja, ok. Und das Marco soll doch auch kommen. Das Marco? Ja. Episch. Das ist doch dieser, der da immer Konsolen-Zelf frisst oder so ähnlich. Nein, nein, der macht doch diese Dubs. Und dieser Final Fantasy Friend. Mit dem Extreme Chiller. Mit dem Extreme Chiller, genau der. Warte mal, wurde ich dir nochmal bekannt? Das waren doch die Außenseiter-Fans, ne? Ich höre, ich höre Musik, höre ich die auch. Ja, ja, die kamen von da unten, irgendwo, glaube ich. Oh, ich wurde angerufen und, ähm, ich wurde verpasst. Ja, ich, ähm, ja. Ich habe gehört, der sandige Nell ist auch da. Ja, und das große, die große Maria ist da. Die Rotbeeringe. Du bist zu gut. Oh, baby. Meine Subscriber verarschen mich. Wow, random people hier. Ja, hier sind so random people, die sind in unserer Online-Wohnung und die wollen alle in unserem neuen Video mitmachen und, keine Ahnung. So, was mache ich hier überhaupt? Wer seid ihr? Bier zum Glöckern. Juhu! Juhu! Ah, das ist das schönste Tag meines Lebens, seit mein Vater an Krebs gestorben ist. Einen Applaus. Eins, zwei. Einen Applaus. Oh, zwei. Oh, danke. 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 Die Wahrheit ist, ihr werdet geschissen. Nein. Oh, danke. Oh. Oh, das hat nicht der Bruder. Oh, Gott, das hat nicht der Bruder. Nein. Ah! Oh, danke. Warum, Schatz? Eine Streitaxt gestreitet sich um die Erhaxt. Das ist hier. Verstehe ich nicht. Ich weiß nicht genau, ich kenne noch nicht Sex, aber ich stelle mir vor, Sex ist genau so ähnlich. Ja, vielleicht kriegt er auch ein Mädchen. Haha. Hallo, Frau! Guck mal, was ich kann! Hahaha! Oh, du hast recht voll, dass ich jetzt draußen bin. Ja. statuee sind. Oh, danke. Ja, danke.